Ja, nun bin ich jetzt 72 Jahre Kölner, sozusagen native speaker. Dieser Satz, dass Köln ein Gefühl ist, den hatte ich schon auf einem T-Shirt getragen, lange bevor die Höhner das Lied rausgebracht haben. Derjenige, der muss nicht hier geboren sein, aber der längere Zeit hier lebt, der kann das erfahren. Und wenn er es mal erfahren hat, dann hat er es auch verstanden und dann fühlt er es selbst auch, was das ist. Das ist der Dom, das ist der Rhein, das ist der Karneval. Das ist die Offenheit, die Toleranz dieser Stadt. Das alles zusammen wirkt in sich aber eine Gefühlssituation. Die muss man erfahren. Die werden sie längst nicht in jeder anderen deutschen Großstadt so erleben. Das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt, deswegen sind wir auch so gerne Kölner.